Ich wüsste auch noch wie vor gerne, was es mit den Nachbarn jetzt ausgeht. Kugini Spicer. Ich hoffe, wir sehen es. 31 Dollar und eine Plurofülllösung. Das war auf dem Tisch. Da habe ich noch ein Tonband. Die Gene-Band brauchen wir nicht. Arcadia geschlossen. Arcadia scheint uns mit dem Obispaar gewesen zu sein. Oh ja. Das war die Architekten von Arcadia. Mal. Ach, blöd. Sooo Lichtrohre hier und unten das muss eben wo ist denn ein zweiter? da sind wir noch zwei das ist ja nicht im Leben schon oh no ich lasse uns nicht mal ein bisschen Munition zu sparen wo ist die Pistole? und die war aus der Pistole hier geschlissen bei dem Kasten scheiße ich will die Pistole nicht leider schweiß aber mal das soll jetzt zumindest ein richtiger Weg hier zu sein aber andererseits würde ich glaube mal runter gegangen wären hätten wir zwei Tonbänder verpasst also jetzt sind wir hier auf der anderen Seite oder was? äh man weiß ja ich hab keine Orientierung gesehen ich weiß ja schon ich weiß ja schon so wir gehen auf die Beschäftigte noch ein save ja ne wir haben ja schon da wieder so ein Stromkabel da ist ja noch irgendwas von unten Interesse wahrscheinlich ist da was von Interesse kann ich das abbauen mal drüber springen mal drüber springen mal drüber springen oder Waffe mit der sich das verwenden lässt oh da sind wir schneller als gelacht ja ja wo bist du denn wo ist die denn hier und schon hier oben ne da irgendwo ach oh die wollen ja Gummibänder ja das ist aber was sinnvollste überhaupt was wir hier oben gebrauchen gell nur noch etwas Geld Schrot-Munition sehr geil wie viel haben wir da jetzt drin 3... ne 19 Schuss studisch nicht ich spare trotzdem weiter mit der Munition das hier fahren wir ja mal mit dem Stromschlag und dem ja wieder an der Ehrenspritze das hier fahren wir ja mal mit dem Stromschlag und dem dann Traumfolgen ganz gut dass ich irgendwie mal an mehr Munition komme mal zu v das war noch keiner angezwe捍ert ich möchte gar nicht hier sein ich bin pauschal ein reiserer ich wollte nach england und die hier irgendwie ähm soinhae Stoche unter Wasserwelt wo die ganze gesamte Gesellschaft kaputt ist Kann doch was viel Schöneres vor. Ohne euch! Hier ist die gute Kamera. Da ist nichts. Zugang zum Kanal. Scheiße. Ich hatte es befürchtet. Da ist nichts. Na, da ist nichts. So, verwecke. Äh. So ist es auch noch mal gesehen. Find a new inventable Schöner. Da ist ein Gethervers Garden. Ähm. Ja, da haben wir noch einen Plus-Meet-Slot. Da ist Winter Blaster. Also haben wir schon 5 von 6. Ja, das kennen wir schon. Also haben wir schon 5 von 6 Plus-Meet-Slot freigestaltet. Dann machen wir Voodoo und Übel mal eben den Big Daddy fertig. Ja, Papa ist gut. Nein, das ist nur eine kleine Mütze. Die sind die Lille-Sisters verblautend. Hier sind die Lille-Sisters überhaupt gelobt, oder? Jetzt habe ich es leider tatsächlich vergessen. 53 dabei! Jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Also müssen wir die jetzt ausrauben oder retten? Ah, die letzte haben wir ja gerettet. Also müssen wir die ausrauben. Ja. Hat aber auch ein ecklinges Blick drauf in den Mädchen. Womit wir bei 400 Eren wären. Und uns vielleicht sogar ein paar neue Kräfte leisten können. Und zumindest eine. Du 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 du. Und was hab ich jetzt aus Versehen gehört? Ah je, doch. Wunder mich, ist heute vielleicht schlecht. Rentschnepper? Ach ja, leise, äh, ausstopfen. Wollen wir unbedingt... Ach, Splicer und Luftschleudern. Verlängung vom Electric Bolt. Für 120. Rüsenteuer. Also machen wir einen EVE-Upgrade. Und dann hören wir erstmal wieder auf. Der ist nicht gut, den er mal getötet. Alkohol. Reiner Alkohol. Dafür mehr Sorgen, Alter. Eben, was ist die Kamera? Aber wo sehen tue ich sie nicht? Ich werde mich üben zu holen, zu fahren. Ich werde sie selber erledigen. Fuck, 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 fuck. Ja, toll. Ja, wunderbarstens. Da sind wir scheiße gerade oben. Wir können wohl nicht ran. Dann war ich immer zu zweit. Das ist doch nicht fair. Wir werden schauen, was das war. Das ist doch nicht. Ich habe ihn in der Tür geflogen. Ich habe ihn in der Tür geflogen. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Oh. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Oh. Wir haben noch einen Splice. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Ich habe Kleber dabei. 256 Dollar war mittlerweile. Wir sollen eine U-Invent Station suchen. Ich habe wieder einen Big Teddy. Das ist der Bot-Ausmacher. Ich werde aber nur den Big Teddy's tun. Die auch Little Sister dabei haben. Alles klar. Doch, Kollege. Hast du einen? Ne. Ja. Ich habe noch keinen Stich. Ich habe noch keinen Stich. Ich habe noch einen Stich. Danke für die Reihe. Sie hätte mich kommen sollen. Ich werde mich fragen, während ich was trinke. Die Minute, die wir hier sind, Masha hat angefangen, Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte, sie hatte eine Art von Seizur. Und dann habe ich gedacht, bitte, bitte, bitte. Ich habe nie einen gesehen, ich dachte, sie waren monstros. Oh, Sammy, vielleicht haben wir nie zu diesem Ort gekommen. Geschichten vom Familienausflug nach Arcadia, wo ein kleines Mädchen Bäume für Monster hält, was sie bei Halshouten geboren ist. Schlimm, 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 schlimm. Kamera da hinten. Was ist jetzt denn passiert? Oops. Ja. Ich werde dich zu hören, ich bin ein bisschen zu hören, aber ich denke, dass Ryan hat nur eine Art von Arcadia. Der Mann hat einen Fowl in der Luft. Die Halshouten, Rhyto, all die Oxygen kommt von den Trennungen. Keine Trennungen, keine Oxygen. Gib mir das, was ich jetzt. Ryan in Arcadia ist ein alt, sehr, 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 sehr. Sie haben beide einen schrecklichen Job für einen Dollar gemacht. Sie ist immer noch zu kümmern. Ich bin sicher, dass sie einen Tränen trinken will. Nachdem sie die verdammten Dinge planten. mh 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 alter ich will einen gerade da unten ist doch so schwierig dann ist ja nur gebogen hier aí ein gerade unten ne nicht so dann noch ein gerade da unten noch ein gerade da unten dann so dann so dann so und Und so und noch eine und noch nicht fertig. Abortwürdig. Dann noch mal zweimal. So und zack und bumms und fertig. So. Dann können wir auch in aller Ruhe mal durchgehen. Ah, ein Munitionsautomat. Halt nicht so laut hier, meine Güte. Schrot mache ich erstmal voll. Ich liebe Schrot. Und das war es auch schon. Aber es ist auch Lohnkauf von 6 Personenkugeln. Da habe ich überhaupt kein Geld mehr. Bis nach 15 Bar. Ich glaube, er ist wieder im Schrot. 41, ok. Vielleicht wirken wir doch irgendwo safe. Der vor der Munition liegt. Das tun gut ist aber auch ein paar. Das ist der Objekt, der die Uhr meldet. Ja. Nein, der hat er ja dabei, oh. In Ordnung ist tritt. Ah… ... ... ... Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! So, gegen Dekoration! Noch was muss ich wieder! Hallo! Hallo! Sch CC für funk! Spann dich, Scheiße! Oke! So! We clean the cooling. So! So! We clean the cooling machine. So! 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 Und so! Naja... Nicht glorios! Eine Strahlschraube! Aber immerhin haben wir jetzt wieder 67 Dollar! Ja, mit diesem Bild retten wir jetzt wieder! Doch, 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 Kind! Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte, bitte! Double-double, so, beide! Big Daddy's, hier! Im Lave! So, der Widdel! Ehm... Wir können auch mal hecken hier! Ehm... 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 So ist das gut! Jetzt können wir mal hier so und so und so und mit! Ehm... Ehm... Scheiße! Nee! Nee, nicht! Ehm... So, so! Ehm... Und so! Und so! Und so! Und so! Mist! Aber das ist ja nicht so! Ehm... Ich muss das Auto wegnehmen. Ich werde nichts zu blödes verwecken. Auch für den Chemical Thrower oder Granaten brauchen wir unbedingt. Ich bin besser gekauft, nein. Ich bleib besser als Null. Ich bin besser als Null.